Ich freue mich auf Schubert. Warum? Weil es für mich sehr harmonisch ausgewogen ist und mir einfach gute Laune macht. Das ist mein Herz hüpfen. So diese Ruhe. Musik ist für mich einfach Entspannung. Ich bin kein Musikkenner, ich bin einfach ein Genießer. Ein absoluter Genießer und es beeinflusst einfach meine Stimme. Ich freue mich natürlich auf die Pathetik. Es steht was von Leiden drin, aber wir haben eigentlich mehr die Leidenschaft für die Musik. Ich habe ein wunderbares, klassisches Werk, das mir seit vielen Jahren bekannt ist. Und dann freue ich mich nicht noch auf den Dirigenten. Also nicht nur auf das Stück, wir haben einen wunderbaren Dirigenten. Ich würde ihm das sehr lieben. Ich gehe auf das zweite oder das Stück nach der Pause, auf die Pathetik. Die haben wir ja hier nicht so oft gehört. Ich weiß nicht genau, aber so oft war es auch nicht. Aber das ist interessant und da freue ich mich wirklich. Besonders auf die Tchaikovsky-Symponie. Ich finde, es ist ein ganz, ganz besonderes Stück der Literatur. Und man hört es nicht sehr oft, weil es sehr bekannt ist. Aber es ist immer ein besonderes Erlebnis. Ich bin hier auf Tchaikovsky. Ich bin in deinem Scham.